Hallo, hier ist der Martin von Mann & Mann, hier ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 14.05.2020 und damit nähern wir uns immer mehr dem Verfallstag im Mai, denn am Freitag ist dann ein kleiner Verfallstag, nicht ganz so wichtig wie der Juni-Verfall, der dann bald ansteht, aber immerhin ein kleiner Verfallstag. Und am Donnerstag sieht man häufig nochmal, dass der eine oder andere versucht seine Position ins Licht zu rücken, zum DAX müssen wir sagen, der hat ja eigentlich ganz gut mitgespielt, die Dame, die ihr das Herzchen zahlt, das ist für den DAX, das hat er gut gemacht, hat quasi die Marken, die wir so genannt hatten, fertig gemacht. Also ist hier reingekommen, hat zunächst die erste Klage gemacht, ist nochmal kurz zurückgelaufen, hat sich dann schon relativ, ja, es war ein bisschen erkennbar, es war eigentlich fast das gleiche wie am Vortag, dieses leichte Abflachen zur Seite, dann unten raus. Ich persönlich fand es ein bisschen schade, dass er dann erst mit der Fettrede nach unten getreten wurde, hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht einfach ein bisschen wartet, weil es so zu News handelt, also ich zum Beispiel wäre da jetzt nicht eingestiegen, das ist mir einfach zu heiß dann da in dem Moment, da habe ich zu wenig Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite. Wir haben dann hinten raus unsere Elisa nochmal reingestoppt, gekriegt in den Short rein und hier dann auch bei 4,50 ausgelöst und jetzt wird es interessant, was zum, halt, Sie sehen ja gar nicht mehr ganz Bildschirm hier, jetzt machen wir es mal so. Und jetzt wird es interessant, wie der Donnerstag kommt, Donnerstage sind recht volatil zur Seite, wenn wir uns hier nochmal die Bewegung anschauen, was die für Potenzial hat, ist hier noch Potenzial, ne, deswegen müssen wir eigentlich schon sagen, also wenn uns der Donnerstag unten abhaut, im Zweifel hier also gut und gerne noch runter, die, ja, ist deutlich drunter, ne, hier ist das letzte Low, das letzte Tief, also ich sag mal, wenn der auf 200, 230, 150, 100 fällt, wäre ja letztendlich nur die Bewegung nochmal nach unten, ne, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, dass die kommen kann und auch welches Ausmaß die annehmen kann, jetzt ist sie in Teilen da, ja, auch wenn wir hier natürlich eine wichtige Zwischenstation erreicht haben, denn die Bewegung, die wir hier haben, ist exakt 61% von der gesamten Bewegung, sowas kann einem, einem mag durchaus reichen, ne, das heißt, es kann durchaus sein, dass der sich nach oben jetzt hier völlig losrennt, aber das, das wird man sehen, ne, also wenn der richtig mit Punch reinkommt und sich direkt durchstellt, direkt über die 600 kämpft und 37% anrennt, zum Beispiel, könnte es davon ausgehen, dass der hier unten fertig hat, fertig hat für, bestimmt die nächsten zwei Wochen, ne, also, oder zumindest für die nächste Woche, also, wenn der, wenn der jetzt nach oben anzieht, 37%, ich, 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 ich würde die mit auf Radar nehmen zum Donnerstag, auch wenn es weit weg wirkt, aber der hätte durchaus das Zeug, wenn er eben über die 600 geht, ansonsten ist alles, was unterhalb von 600 passiert, gerade so unter 580, das ist eigentlich noch Short, ne, das ist noch Abwärtstrend aktiv, aber, ja, also im Grunde müsste man eigentlich dann sowas reinsetzen hier, einmal kräftig hoch, dann wieder kräftig zurück, mit richtig Schmackes, wenn vielleicht sogar oben durch, wenn der so weit hochkommt, na, wenn der so weit hochkommt, dann, deutliche Gegenbewegung und dann aber schon wieder, ja, ab die Post, nach oben, fertig mit der Geschichte, ja, das, das soweit, das politische Szenario, müssen wir mit durchsprechen, weil es sieht sehr negativ aus, Stimmung wird wahrscheinlich auch extremst negativ jetzt zum, zum Donnerstag sein, das heißt, er hat eigentlich wahrscheinlich sogar eine gute Chance, nach oben rauszustarten, alles, was unter 580 bleibt, nach unten drückt, für mich weiter abwärts und ansonsten, ja, da habe ich schon gesagt, ne, hier unten neue Tiefs unter 430 ist im Prinzip ein K.O.-Kriterium, für ein DAX technisches K.O.-Kriterium, das heißt, generiert sich dort ein neues Verkaufssignal und mit jedem Tief dann immer wieder ein neues Verkaufssignal und dadurch kann sich ein Trend schön treiben und dann wären hier die Bereiche eben erreichbar, ähm, bis 10100 und sogar hier letztendlich auf die Station dann runter, ne, also gerade, wenn er zum Donnerstag ordentlich durchzieht, sollte man ein bisschen aufpassen, sollte man ein bisschen aufpassen, aber das ist erst wirksam unter 430, solange es unter 430 bleibt, gebe ich ihm die Chance bis 580, so zwischen 580 und, sagen wir mal, 600, ne, ähm, das wäre jetzt, das wäre jetzt hier so ein bisschen noch Hampelzone, könnt ein bisschen hin und her lungern, unter 430 kriegt die Verkaufssignale, geht da über die 600, also sehe ich den auch zum Donnerstag schon durchaus mal an 37 nochmal anklatschen, da kommt ja jetzt auch einiges zusammen, hier, Sie sehen das im Chart und, äh, ja, dann wäre das ein politisches Auskontern und unser DAX könnte hier gute paar Meter wieder zurückrudern und nach oben und ich glaube, wenn er das macht, dann schafft der Nasdaq wahrscheinlich eine neue Halbzeit hoch, Gucken wir mal, die hat es ordentlich auch zerledert hier, die Amerikaner, also eigentlich, eigentlich spricht schon mehr dafür, dass wir nach unten durchgereicht wären, die Welle komplett machen, ich würde trotzdem die 580 mir angucken, die, die, die 600, nun dreht er doch schon runter, kann man da vielleicht auch mal was shorten und ansonsten unter 430 ist letztendlich, wir haben gestern gesagt, na, zum Mittwoch muss man unten machen lassen, im Zweifel kann er hier die, die, die Punkte anlaufen, kann auch deutlich weiter tiefer und, ähm, ja, gucken Sie, was er draus gemacht hat, das ist am Donnerstag jetzt nichts anderes, ne, also im Zweifel machen lassen halt, ne, rennen lassen, bloß ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass Donnerstag halt schon ein bisschen doller austreten können, ne, die haben, die haben einfach von Natur aus eine höhere Schwankung, jo, okay, damit ist der 2-Stunden-Chart durch, der Tagesschart kann man auch noch kurz reingucken, aber der gibt jetzt nicht so die neuen Erkenntnisgewinne, von daher können wir das hier abkürzen, die 440 haben wir immer noch nicht unterboten, per Tagesschluss, da hat er sich dran verweigert, ne, wir waren unten dran gewesen, aber Tagesschluss hat er nicht runtergebracht, ähm, sollt er jetzt hier eine grüne Kerze daneben stellen, mit Tagesschluss 6,60 wäre das ein hartes Long-Signal, ne, oben in die Zone rein, also Tagesschluss 6,60 wäre im Prinzip für den Freitag eigentlich volle Pulle oben raus, und alles, was unterhalb von 5,17 jetzt per Tagesschluss geht, würde dem Freitag natürlich auch nach unten raus, nochmal ordentlich Platz geben, ne, also können der Freitag gut und, können eigentlich schon auch zum Donnerstag locker schon 10.200 erreichen, das ist kein Unding, muss nur unter der 430 antriggern, ne, muss nur losschieben, ich glaube, der Rest, der kommt von alleine dann, da ist so viel Unruhe gerade auch drin, ne, bei den Leuten so, da sind noch viele nervös, ein bisschen unruhig, ein bisschen skeptisch über die Entwicklung am Markt, und, ähm, da, ja, kann ich mir gut vorstellen, könnte, könnte gut reinpassen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt, das heißt, das hier in dem Sinne jetzt noch nicht wirklich ein Signal, also, das ist über dem letzten Verlaufstief, das ist jetzt letztendlich eigentlich nur eine Fortsetzung der vorherigen Kerze, ähm, sie richten ein bisschen nach 10.200, aber dann muss er antriggern, also, es würde mich auch nicht wundern, wenn er aus der Situation heraus jetzt umkehrt, 10.60, Tagesschluss, aber dann, das muss erst kommen, vorher, vorher würde ich jetzt, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt long gehen zum Donnerstag, ne, aber ich, ich würde mir angucken, wenn er, wir haben jetzt mehrere Sachen angesprochen, wo wir sagen, also, das, das spreche dafür, dass insbesondere der Freitag dann sehr long wird, ne, oder, oder gerade, wenn wir hier auch auf die zwei Stunden gucken und sagen, okay, wenn er die 7.30 macht, ne, ich würde jetzt nicht auf die 7.30 long hinziehen, aber wenn der dort ist, dann würde ich den Rücklauf abwarten und dort Longs aufbauen halt, ne, also man muss immer so ein bisschen den, den Markt, ähm, kommen lassen, reinrennen lassen in sein Messer, ne, denken Sie da dran, was ich immer wieder sage, stellen Sie sich hin, schärfen Sie Ihr Messer, warten Sie, bis der vorbeikommt, warten Sie, bis er kurz nicht hinguckt und dann rein damit, schön, rein damit, Geld raus und wieder einen Schritt zurück und eben nicht dort stehen bleiben und versuchen mit dem zu kuscheln, weil Sie unbedingt das Messer 10 Sekunden reindrücken müssen, ne, also, lassen Sie die Distanz zum Markt, lassen Sie ein bisschen Abstand, lassen Sie Ruhe, dann, dann, dann laufen Sie auch nicht Gefahr, dass es sich irgendwo, ähm, zu, zu, ähm, emotional an den ganzen Kerl ranketten, können Sie nur verlieren am Ende, ne, dann, 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 nein, dann wird er Sie provozieren, dann wird er Ihnen Methoden rauslocken, die, zu denen alle neigen, das sind immer wieder die gleichen Geschichten, ne, und Sie werden merken beim ersten und zweiten Mal, ach, da habe ich aber Glück gehabt, ach, Mensch, jetzt habe ich Stop-Loss geschoben, ach, jetzt habe ich den Stop-Loss rausgenommen, Mensch, nur gut, dass ich das gemacht habe, es hat mir ein Arsch gerettet, sonst wäre ich ausgestopft worden, da werden Sie sich dann drei, vier, fünfmal für feiern lassen können, ne, und sich auch selber für, äh, Danke sagen können, dass Sie das so gut gemacht haben und dann sehen Sie irgendwann am Monatsende, klappt das dann nicht, weil Sie sich das dann angewöhnt haben, dann fliegt Ihnen das ganze Depot um die Ohren oder das Halbe oder das Viertel, ne, je nachdem, wo es für Sie am schmerzhaftesten ist, da geht's hin, und, äh, danach sagen Sie sich wieder, ach, Mensch, sollte doch mal vernünftig das Ganze machen, so, dann fangen Sie wieder an, ne, 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 und das ist eine ewige Reihenfolge, deswegen gar nicht erst emotional ranlassen, nicht zu viel, nicht zu viel näher, versuchen Sie distanziert und selektiv zu agieren, punktuell, nicht den ganzen Tag drinnen hängen, nicht den ganzen Tag im Markt sein, ruhig auch viele Phasen nutzen, wo man, wo man einfach mal kurz nicht investiert ist, auch mal einen Tag Pause machen, mal eine Zwei-Tage-Pause machen, das ist das Schwierigste überhaupt, das ist, das ist, das ist das eigentlich Schwierigste am Trading überhaupt halt, ne, und das können ganz viele nicht, und deswegen verlieren Sie, unterm Strich immer nur Geld, na, gut, Freunde, dann, mehr kann ich gar nicht sagen, wünsche Ihnen viel Erfolg, Gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, ciao.